Mein Arbeitgeber ist die Deutsche Drexelmaier-Gruppe. Wir haben eine Firmen-Sitz hier in Österreich und da am Standort ist es meine Aufgabe, eben die Assistentin der Geschäftsleitung zu sein. Und ich habe noch eigene Aufgabengebiete, das ist zum Beispiel das Fuhrparkmanagement oder das Travelmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind in der Automobilbranche tätig mit 65 Standorten weltweit und beliefern namhafte Automobilhersteller mit diversen Fahrzeugkomponenten. Ich arbeite im Werkzeugbau. Wir sind zuständig für Technologieentwicklung im Bereich Spritzgusswerkzeuge. Mein Büro ist sehr modern gestaltet, mit ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen, mit auch mehreren Bildschirmen, damit man wirklich auch toll arbeiten kann. Alles vertreten, was man braucht. Der Standort ist für mich sehr gut gelegen. Ich wohne ungefähr 15 Kilometer weg von da und genügend Parkplatzmöglichkeiten, also alles gut. Wir sind ein 6S lebendes Unternehmen, das heißt generell an den Arbeitsplätzen herrscht Ordnung und Sauberkeit. Da fühlt man sich natürlich auch wohler, wenn man durch die Produktion durchgeht. Bei unserem Standort gibt es auch diverse Benefits für die Mitarbeiter. Es gibt ein betriebliches Gesundheitsfördermanagement, wo man auch gemeinsam dann an Sportveranstaltungen teilnehmen kann, was natürlich auch unserer Gesundheit zugute kommt. Dem Unternehmen Drexelmayer ist generell die Weiterbildung der Mitarbeiter ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, es gibt sehr viele interne Weiterbildungsmöglichkeiten. Und man kann aber natürlich auch externe Schulungen machen. Es gibt auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten für diverse Online-Schulungen. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Meine persönliche letzte Ausbildung oder Weiterbildung im Hause Drexelmayer war im Projektmanagement oder zum Beispiel auch im Leadership. Ich finde die Karrierechancen sind sehr gut bei uns in der Firma, weil wir sind eine große Firma. Es gibt verschiedenste Arbeitsplätze und man kann sich sehr gut weiterentwickeln. Es gibt auch die Möglichkeit, sich an andere Standorte im Ausland versetzen zu lassen. Genauso wie es natürlich Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Standortes auch gibt. Also je nachdem, wo auch die Fähigkeiten liegen. Meine Karrierelaufbahn hat auch so ausgesehen, dass ich im Bereich Industrialisierung angefangen habe. In der Teilprojektleitung, aufgestiegen dann in die Projektleitung. Und mittlerweile leite ich die Produktion im Backend-Bereich. Wenn ich an Drexelmayer denke, dann denke ich zum einen, dass es ein familiengeführtes Unternehmen ist, was man auch sehr spürt. Ich denke, wir arbeiten alle sehr nah aneinander. Ich persönlich gehe sehr gerne hier arbeiten, weil einfach das Umfeld mir gefällt. Drexelmayer steht definitiv für Innovation und Zukunft. Wir arbeiten schon heute an Projekte, die was in den nächsten Jahren auf den Markt kommen.